Stuttgart und so meine Lieben ich hab mein Leben nach über den beschissenen Gegner geschlafen habe ich mal so ein bisschen informiert wie man den an machen kann und ich habe eine tolle Sache herausgefunden dass man so wie ich ihn besiegen wollte gar nicht besiegen kann ist man auch sehr toll und heute Morgen bin ich mit folgender Einstellung aufgestanden Es ist Zeit zu kicken So, ja, geht mal hier weg und hier wieder zurück zu meinem Körper Oh nein, Grandbaby So, noch hier, das hier einsammeln Oh, jetzt kommt der wieder Der Laserstrahl Oh, danke, dass du die ganzen Kollegen hier gerade umgebracht hast So, komm jetzt die Ringe Ja, jetzt kommt was Oh, toll ist es da ganz da oben So, dann klettern wir mal wieder auf Wowo Hallo Schlange So, meine Freunde Und jetzt zwar folgendes, man nimmt das Schwert Muss auf den komischen Ringschlangen, damit man hier so Wurzel die Wurzel machen kann Und dann Ja So, geht das ganz eigentlich Wenn ich das so richtig verstanden hab So, dann hier wieder die hässliche Dämonenbrut Okay, wau mal, ich hab ne Slow-Mo Eie, eie, eie Eie, eie, eie Eie, 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 eie No, ich block der Äh, warte mal, ah, na, verdammt Da hab ich ne Rolle gemacht, die war nicht so schlau So, mir fehlt noch Eie, eie, eie Ja, toll, ich kann nicht mal hier springen, ich hab keine Beine hallo ein bisschen unfair so jetzt hier sollte ich mal hier die in meinem Leben Mopo 9 hallo ich bin hoch okay ja toll wird die von allen Seiten in den Ort angenommen aber auch wenn das mal geschafft So, jetzt sollten wir hier mal, endlich mal hier die Vergegner noch hier fertig machen. So, hier noch ein... So, das war's, glaub ich. So, mein Lieber, dann komm her. Okay, ich bin noch nicht ganz oben. Oh. Oh, ich treffe den da noch nicht. Verdammt, jo, komm mal, wird hoch. So, jetzt das Ganze nochmal probieren. Hier macht es ja keinen Schaden. Jetzt hier... Ja, das macht Schaden, aber irgendwie... Missiert er vollkommen an und hier, oh, eine Schlange ist schon mal weg. Oh yeah. Jetzt gibt's auf den Sack. Oh je, oder ich geh gleich auf den Sack. So, jetzt hier noch mein Rest. Hallo? Tja. 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 So. So, einmal geschaffen. Oh, was wollen die? Geht weg, hier. Jetzt. In der Nahkampf sogar. Ah, verdammt, das war auch ein bisschen zu früh. Ja, bitte sehr wohl, hallo, bin der Schaden wieder aufgestanden. Von überall werde ich hier gelasert. Gibt's doch gar nicht. Hier gibt's eigentlich noch normale Viecher oder noch die Fliegeviecher? Mach mal die Touchdown. Okay, irgendwas habe ich verloren. Ah, okay. Oh, da sind noch drei Stück. Oh, also die komische Druckwelligen nerven also richtig. Die finde ich nicht schon. So, ach, nee. Oh, okay, da ist noch mehr jemand. Na, komm. So nicht. Hallo, kann ich auch... Eigentlich wollte ich... ...an meinen Körper ran. Ja. Ein Gosch. Jo. So, jetzt hier noch. Oh nein. Okay, geschafft, gut. So. Jetzt stehe ich hier richtig. Oh nein, voll falsch. So, hier einmal hochgehopst. Wurschtel. Na, toll. Hat's immer wieder gebracht. Ah, da wär was. Oh, toll, hallo. Jetzt aber. Hier, da jetzt hier. Gib ihm. So, und jetzt. Er hat noch ein bisschen Leben, okay. Okay, noch ein paar Gegner. Oh, Lothar ist slow-mos. Nix, Grandbaby? Nein, nein, nein. Ich geh zu dem Gefäß darüber. Sonst nirgends hin. So, ach. Nur noch ein Papi? Oh, das hat mich aber ein bisschen zu nahmen. So, das war's, oder? Ich glaub mal schon. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt ist. Da bin ich mal ziemlich gespannt. Hier, verdammt. Verdammt! Kann ich da überhaupt irgendwas anrichten? Take this, leave it to me. This feels like the end for me. Don't you think? This is the end of all for me now. Cypher, you see it? Bryce! It's time to move! Let's get out of here! Bryce, let's go! Bryce! Keep running! I'll be right behind you! Bryce! Bryce! I won't let you get away that easily. I'm taking you with me to hell! Bryce! 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 Don't worry! Just keep going! I've just got a few loose ends to tie up! Nicky! Come on! But... Nicky! What? You'll be a big star, kid! You'll be a big star, kid! Rysen. Okay, das war. Ja, Let's Play Never Dead von Schwanfurtse. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Mein Fazit über das Spiel, nach dem beschissenen Endboss Alex, der mir doch letztendlich noch geholfen hat, den richtigen Endboss zu erledigen, muss ich sagen, das Spiel war durchweg eigentlich, ja, mit den Spawner, was teilweise ein bisschen, sag ich mal, in die Länge gezogen, aber die Idee und so war gar nicht schlecht. Und ja, und ich habe meinen beschissensten Endboss ever in dem Spiel kennengenannt. Vielleicht kennt ihr noch einen, der noch schlimmer ist, wie der Alex. Ähm, ja, was ist mit Bryce passiert? Hat er überlebt, hat er nicht überlebt? Vielleicht kommt er irgendwann in Never Dead 2 raus. Ich würde mich freuen, weil so das Spielprinzip mit dem komischen Zerpflücken und so ist eigentlich nicht schlecht gewesen. Ja, und ansonsten, ja, ich bedanke mich für euren Support. Vor die ganzen Daumen hoch, Favoriten und was auch immer. Macht weiter damit, ich würde mich darüber freuen. Und man sieht sich in einem anderen Display oder auf meinem Kanal. Wiederschauen und reingehauen. ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020